Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Und der Initiator von unserer Blog-Tour durch die Schweiz war Jan Fröhling, Mitarbeiter von der Firma, wie heißt ihr? Hockowitz Hoffmann Nutrition AG. Genau, das ist unser Futterhersteller in der Schweiz seit vielen, vielen, vielen Jahren. Und mit ihm zusammen, ich habe es ja in vorangegangenen Blog schon erklärt, mit ihm zusammen konnten wir die Futtersorten, wie wir sie heute haben, entwickeln. Also ich bin irgendwann mal nach der Fukushima-Atomkatastrophe, bin ich hier in Europa mit einem japanischen Rezept aufgeschlagen. Und ich weiß noch, wie der damalige Produktionschef sich das angeguckt hat und hat gesagt, ja um Gottes Willen, was habt ihr denn hier für einen tierischen Scheißdreck da in eurem Futter drin? So, also das war jetzt schlechtes Schweizerdeutsch, Hochdeutsch heißt das, was habt ihr da für einen teuren Scheißdreck in eurem Futter drin? Dann haben wir gesagt, das muss so und tut so und machen wir so. Und dann haben wir angefangen, das Futter, erstmal das japanische Futter nachzubauen. Und dann kam irgendwann mal Alexander mit seinem Papa Jürg und die haben mir dann gesagt, sie haben noch ein paar additive Supplements, die sich brutalst in der Agrarszene und in der Aquakulturszene durchgesetzt haben. Die Mikronährstoffe zum Beispiel, und das ist nachweislich auch bei Fischen, dass das zu einer wahnsinnigen Verbesserung der Futterverwertung etc. pp. geführt hat. Und dann haben wir gemeinsam mit ihnen erst damals unser Black Label und Number One damals entwickelt. Dann haben wir unsere Ideen noch mit eingebracht. Das hat dann zu den heutigen Nummer 1, 2, 3 Futter-Sorten geführt, die wirklich durchschlagend sind. So, und mittlerweile haben wir auch den Vertrieb für die Schweiz komplett. Heute machen wir es selber oder machen wir nicht selber, sondern machen es direkt von Werk ab. Und du bist ja bei HOKOVID. Beschreib mal ganz kurz, wer bist du, was machst du, warum stehst du hier am Teich? Warum hast du den Fuß auf dem Stein? Weil es gemütlich ist. Weil es gemütlich ist. In erster Linie, ich bin, also ich war auch jahrelang vor meiner Beschäftigung bei HOKOVID im Koi-Segment tätig. Du läufst mir ja schon das zweite Mal im Leben über den Weg. Richtig, wir hatten damals schon Kontakt. Ich war von 2009 bis 2018 in einer der größten Zuchten oder Koi-Farmen in der Schweiz tätig. Die Koi-Farm Schweiz. Genau, die hat sich natürlich über die Jahre zurückgemausert. Die gibt es jetzt mittlerweile nicht mehr. Aber da hatten wir zwei die ersten Kontakte miteinander, auch mit den Konishi-Fischen. Und jetzt seit 2019 bin ich für die Firma HOKOVID eben im Außendienst im Fischfutterbereich tätig. Ich betreue schweizweit Kreislaufanlagen, Bio-Zuchtbetriebe und natürlich die ganze Koi-Geschichte. Kommt jetzt immer mehr, auch dadurch, dass wir jetzt den Vertrieb haben, direkt vom Konishi-Futter, wollen wir dann natürlich auch die Dienstleistungen bieten, die ich zu bieten habe als ausgebildeter Fischwirt. Kann an Anlagen gehen, kann Tipps geben, Umbauten, Sonstiges etc. Was du natürlich auch machst. Wir sind auch in enger Absprache immer miteinander. Und ich denke, da können wir schon ganz schön was erreichen. Und übers Futter selber müssen wir ja nichts sagen. Da wissen wir beide, das ist Weltklasse. Wirklich gut. Das muss einfach nur mal probiert werden. Und wenn man es mal vier bis sechs Wochen durchgetestet hat, dann sieht man die Ergebnisse. Dann wählen wir danach nichts anderes mehr. Und das ist genau das. Also eine Futterumstellung bei Tieren. Und kann man wirklich sagen, bei Tieren, nicht nur bei Fischen, ist immer eine diffizile Geschichte. Diffizil heißt jetzt nicht, dass man es nicht machen sollte, dass es für das Tier Stress ist oder so. Sondern der Organismus muss sich daran gewöhnen. Aber gerade in der Umstellungsphase, je häufig ist es so, je stärker die Anzeichen sind, dass da was passiert, wie beispielsweise bei uns im Futter, dass der Kot mal für ein paar Wochen oder ein paar Tage schwimmt, dann sieht man, dass wirklich der Organismus sich auf etwas Neues einstellt. Und wenn das Neue dann auch gleichzeitig das Bessere ist, dann hat man da wirklich sofort gewonnen. Sofort gewonnen und ein riesen Vorteil davon. Und deine Handynummer, wenn Leute Fragen haben? Genau, es ist alles auf der Internetseite. Auf der Internetseite, da ist mein schöner Kopf abgebildet. Drunter steht eine Nummer. Wenn man die eintippt, landet man bei mir auf dem Handy. Kann jeder anrufen. Wie hieß der Filter für dein Bild, den wir auf der Internetseite verwendet haben? Weil dann arbeiten wir mit dem gleichen Filter in dem Blog, dass die Leute dich einfach erkennen. Ja, jetzt sind die Haare etwas kürzer wieder. Kein Filter. Das war ein Konfirmationsbild, gell? Nein, nein, nein. Naturschönheit. Naturschönheit, okay, toll. Apropos Naturschönheit, das vielleicht noch erwähnt. Der Markus hat gerade, als wir den Filterblock dann fertig hatten, dann habe ich nochmal gesagt, wie toll ich das finde. Da hat es ja gerade so gehagelt. Und wenn das alles nass ist, sieht es nochmal geiler aus. Also mein Geschmack. Weil dann ist es wie bei den Farben der Koi. Dann bekommt das Ganze Glanz. Für mich gibt es nichts Schöneres, wie Koi-Teich oder Japan im Garten anzuschauen, kurz nachdem es geregnet hat. Und dann hat Markus gesagt, interessant, dass du das gesagt hast, dass ich rausgekommen bin und gesagt habe dann, dass es wie dieser kleine Bäckereigarten in Japan, der nur 6.000 oder 10.000 Liter hat, auf der Insel Miyajima, so ein kleiner heimlicher Ort, wo man einfach gerne isst, sagt er, weil das hat ihn damals, wo er es im Blog gesehen hat, inspiriert, hier so etwas Kleines zu machen. Hat aber dann, so wie das Schweizer machen, gleich tief gestapelt. Das ist natürlich nicht so schön und so. Sage ich ganz ehrlich, ich finde das genauso schön. Und wenn ich mir mal überlege, dass der Bäckereigarten, das ist ein Poser-Garten, wo für die Bäckereikunden, dass die da an der Scheibe stehen und sich das angucken können, da ist mir das aber da hinten mit den Sitzkissen auf dem Biofilter am Arsch lieber, wie der andere Garten im Gesicht und was soll da noch viel schöner sein. Ich finde es einfach klasse, einfach toll. Ja. Wie geht dir das? Ähnlich. Warst du eigentlich auch mal in Japan? Nein, aber ich habe gehört, zu bekommen, dass es dieses Jahr der Fall sein soll. Ist so. Wir nehmen ihn mit. Da freue ich mich schon lange drauf. Juhu. Es wurde mir schon häufiger versprochen, auch im damaligen Betrieb. Hat dann leider nie funktioniert. Dann kam Corona dazwischen. Jetzt hat es nochmal zwei Jahre gedauert. Aber hoffentlich klappt es dieses Jahr. Also wenn du Bier und Koi in gleichem Maße magst, dann bist du da drüben echt richtig. Richtig. Das kriegen wir schon hin. Also Bier geht immer und Koi sowieso. Alles klar. Also, Jan Fröhling von der Firma Hockowit. Genau. Vielen Dank. Machen Sie es gut. Und bis dann. Ciao. Vielen Dank. Vielen Dank.